Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute gemeinsam Yoga machen. Heute eine ganze Einheit, das heißt ein Flow für den ganzen Körper, natürlich mit Warm-Up, im Nachhinein ein bisschen eher Stretching, Cooldown und Schlussentspannung. Also eine komplette Yoga-Einheit gibt es heute für dich in diesem Video für Anfänger sowie auch für Fortgeschrittene. Also sollte wirklich jeder dieses Video mitmachen können. Bevor wir starten, wäre es wie immer eine riesengroße Unterstützung, wenn du den Like-Button drücken könntest und diesen Kanal abonnierst für weitere kostenlose Videos auf diesem Channel. Und gerade heute, bevor ich dieses Video gestartet habe, habe ich schon zwei Stunden immer probiert, dass ich das richtige Licht einstelle, die Kamera richtig einstelle. Also ganz ehrlich mal unter uns, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Kameras und Co. angeht. Ich habe mir das alles irgendwie beigebracht in letzter Zeit. Ich denke, wenn man wirklich etwas will, dann kann man sich alles beibringen. Und es sind halt immer kleine Schritte zur Verbesserung. So das letzte Video war mir ein bisschen zu hell. Ja, auf heute gefällt euch die Kameraeinstellung besser. Und ja, warum ich auch das erzähle, nur damit du weißt, wie viel Aufwand hinter so einem Video steckt. Und dass es aber immer ein Step-by-Step-Prozess ist. Also man lernt nicht etwas und kann das dann gleich perfekt. Wenn du da bei meinen ganzen Videos ganz nach unten gehst, da habe ich noch in meinem alten Kinderzimmer gefilmt mit einer Handykamera und ohne Mikrofon und allem. Und habe mir das Step-by-Step aufgebaut und will natürlich auch zukünftig noch bessere Qualität bieten. Also ich arbeite tagtäglich an mir und ich hoffe, dass mein Weg mit meinen YouTube-Videos und auch auf Instagram, was ich so teile, irgendwie in irgendeiner Weise inspiriert und motiviert, dass du auch deine Ziele und deine Träume verfolgst. Mein großes Ziel ist eben, einen tollen YouTube-Channel zu haben. Also bitte, wie schon erwähnt, unbedingt liken, den Kanal abonnieren und bitte auch ganz gern dieses Video an deine Freunde schicken. Gut, also das wollte ich einfach mal kurz gesagt haben. Vielen Dank an dieser Stelle für alle, die mich unterstützen. Ich schätze es wirklich sehr, also wirklich sehr, sehr, vor allem an die ganzen netten Kommentare. Jetzt haben wir genug geredet. Wir brauchen heute eine Yogamatte, vielleicht einen Yoga-Block, wenn du hast, aber wenn nicht, brauchst du überhaupt keinen. Ich habe jetzt auch keinen zur Hand. Geht sicher auch ohne. Alles, was wir brauchen, ist Zeit für uns, gute Laune und die kriegen wir sowieso mit diesem Video. Also ich würde sagen, wann immer du bereit bist, schnapp die Yogamatte und los geht's. Wir starten heute im Fersensitz. Das heißt, wir legen einfach die Zehen auf der Matte auf und setzen uns hinten auf die Fersen drauf. Sollte das unangenehm für dich sein, kannst du entweder vorne die Matte einrollen, da einen Bolster oder eine Decke über den Fersen platzieren oder die einfach in eine andere Sitzposition setzen. Achte darauf, dass der Rücken gerade ist, leg die Hände am Schoß ab, schließ deine Augen und nimm fünf tiefe Atemzüge, bevor wir mit der Bewegung mit den Asanas starten. Versuch da tief durch die Nase einzuatmen und durch die Nase oder durch den Mund ausatmen. Entspann dann nochmal ganz bewusst deine Schultern, dein Gesicht und nutz diese Yoga-Einheit, um mal nur auf die zu schauen, die Zeit für dich zu nehmen. Letztes Mal tief einatmen, durch den Mund ausatmen und dann öffne langsam deine Augen. Verschränk die Finger ineinander und kreis da mal mit deinen Handgelenken, um die Handgelenke aufzuwärmen. Also diese Atemzüge am Anfang sind einfach super, um erstmal auf der Yoga-Matte anzukommen, um den Alltag hinter dir zu lassen und Yoga ist einfach jetzt die Zeit für dich mit Dehnung, mit Kraft, mit Balance und zum Schluss auch Entspannung. Also eigentlich alles, was man braucht beim Yoga und die Handgelenke ausschütteln. Gut, wir machen noch kurz was für die Füße, weil die ja oft leider vergessen werden und zwar platziere mal die rechte Hand am rechten Knie, die linke Hand neben dich und dann zieh mal das rechte Knie hoch zu dir. Die Zehen bleiben auf der Matte, wir spüren das dann oben im Rüst, gerade halten für 5, 4, 3, 2, 1, rechtes Bein nach unten, rechte Hand auf die Seite, linke Hand, linker Oberschenkel und auch da das linke Knie nach oben ziehen für 5, 4, 3, 2, 1. Langsam wieder ablegen, jetzt probieren wir noch beide Knie aufzuheben, nur wenn es möglich ist, kannst du die entweder nach hinten lehnen, sodass die Knie von alleine in die Luft gehen, also von alleine nicht, aber halt mit dem eigenen Körpergewicht oder du nimmst die Hände links und rechts und hebst so die Knie in die Luft. Auch da nur kurz halten, keine Angst, nur für 5, 4, 3, 2, 1 und dann wieder ablegen und mal kurz die Füße durchklopfen, dann werden sie wieder durchblutet zum Auslockern und dann können wir auch kurz die Zehen aufstellen und uns für einen kurzen Moment hinten auf die Fersen draufsetzen, um das Ganze auszugleichen. Auch hier halten wir nicht ewig, ich weiß, dass diese Position nicht so beliebt ist, aber es ist wichtig für die Füße. Dann noch 3, 2, 1 und dann gehen wir vor auf alle 4. Neutraler Vierfüßler, die Arme schulterbreit, die Beine hüftbreit, die Finger gespreizt, die Zeigefinger schauen nach vorne. Wir machen Katze, Kuh für die Wirbelsäule und da würde ich dir heute mal vorschlagen auf die Fingerspitzen zu gehen. Dadurch ist die Brust etwas höher, wir haben mehr Platz zum Atmen. Mit der Einatmung Becken kippen, Brust heben, der Blick hinauf, ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken, streck die Arme durch. Einatmen, wieder Becken kippen, für dieses Hohlkreuz, das aus der Hintern geht raus, der Brustkorb hoch, der Blick nach oben. Ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken, in so einen Katzenbuckel. Mach das gerade noch 3 Mal in deinem Tempo. Wirklich eine super Übung für die Wirbelsäule. Gerade in der Früh oder am Abend. Die Übung gegen Rückenschmerzen. Gut, und dann die Hände wieder ablegen, vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. Stell die Zehen auf und dann komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Arme schulterbreit, Beine hüftbreit. Und am Anfang wieder gerne abwechselnd ein Knie und dann das andere beugen. Das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagern. Um die Hamstrings mal ganz sanft aufzuwärmen. Viel, viel mehr aber noch, um den Rücken in die Länge zu ziehen. Versuch die Arme ganz durchgestreckt zu lassen. Und auch hier noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Atme mal tief ein. Beug beide Knie. Mit der Ausatmung schieb den Hintern nach hinten hoch. Die Arme fest durchstrecken. Sehr gut. Von hier Füße zusammen. Rechtes Bein mal weit nach oben. Mit der Ausatmung steig mit dem rechten Fuß vor. Zur rechten Hand. Also da Richtung rechter Daumen steigen. Nicht in die Mitte, sondern gleich Richtung rechter Daumen. Dass der Oberschenkel nach vorne geht. Linkes Knie ablegen. Einatmen. Arme hoch. Ausatmen. Schieb die Hüfte nach unten und vor in den Low Lunge. Achte darauf, dass das Knie nicht über die Zehenspitzen drüber geht. Und dann schieb das Gewicht nach unten und vor. Entweder die Arme fest nach oben strecken. Oder die gemütliche Variante. Die Unterarme am Oberschenkel ablegen. Du entscheidest. Sollte das im hinteren Knie unangenehm sein, kannst du immer die Matte rollen. Oder einen Bolster unter das Knie legen. Und dann nimm dann gerade ein paar tiefe Atemzüge, um die Hüfte zu dehnen, zu öffnen. Versuch mit jedem mal ausatmen. Etwas tiefer zu sinken. Dann noch für drei. Zwei. Und eins. Langsam beide Hände wieder auf die Matte und steig zurück nach hinten in den herabschauenden Hund. Also die Füße wieder hüftbreit, gern die Knie gebeugt. Diesmal aber ohne Bewegung. Der lange Rücken, der Blick nach hinten zu den Füßen für einen langen Nacken. Noch ein tiefer Atemzug. Sehr gut. Füße zusammen. Einatmen. Das linke Bein geht weit nach oben. Mit der Ausatmung der kontrollierte Schritt nach vorne zum linken Daumen. Rechtes Knie ablegen. Zehen auflegen oder aufgestellt lassen. Ganz egal. Einatmen. Arme hoch. Ausatmen. Hüfte nach unten und voll. Und wieder die Möglichkeit, die Unterarme im Oberschenkel abzulegen. Versuch die nur auf die Dehnung zu konzentrieren. Auf die Atmung. Beim Yoga sprechen wir da von Achtsamkeit. Das heißt, wir konzentrieren uns nur auf eine Sache. In diesem Fall auf die Atmung oder auf die Dehnung. Vielleicht geht es noch mit der Hüfte ein kleines Stück tiefer. Für drei. Zwei. Und eins. Beide Hände auf die Matte. Stell hinten die Zehne auf vom rechten Fuß. Das rechte Knie geht in die Luft. Wir steigen jetzt nach vorne in eine Vorbeuge. Hüftbreiter Stand, also die Füße nicht ganz zusammen. Du kannst die Knie gebeugt lassen. Den Oberkörper einfach hängen. Wenn du willst, greif da die Ellbogen und wipp nach links und rechts, um die Schultern zu lockern. Du kannst auch den Kopf bewegen, wie wenn du Ja sagen würdest oder Nein. Die Stirn ist entspannt. Kiefer entspannt. Tief einatmen. Durch den Mund aus. Super Übung auch für die Wirbelsäule. Einfach mal in so eine Vorbeuge kommen. Das kann man wirklich jeden Tag machen. Auch in der Mittagspause. Wichtig ist, dass die Knie am Anfang gebeugt bleiben, um die Gelenke zu schonen. Und dann bring das Kinn zur Brust und roll ganz langsam hoch. Wirbel für Wirbel. Und dann treffen wir uns im Stehen. Sehr gut. Kurzen Side Stretch. Hüftbreiter Stand. Einatmen. Arme seitlich weit nach oben. Rechte Hand greift das linke Handgelenk. Mit der Ausatmung zieh mal auf die rechte Seite. Schau, dass die Hüfte aber neutral bleiben. Also nicht so einknicken wie so eine Banane. Sondern da bleiben wir wirklich stabil. Und dann zieh auf die rechte Seite. Für drei, zwei, tief atmen. Eins. Sehr gut. Einatmen. Wieder hoch. Mach die da ganz lang. Ausatmen. Linke Hand. Rechtes Handgelenk. Und zieh auf die linke Seite. Der Arm ist in der Höhe vom Ohr. Die Schulter leicht nach hinten ziehen. Für drei, zwei, eins. Einatmen. Wieder hoch. Ausatmen. Nochmal ganze Vorbeuge. Diesmal die Beine durchgestreckt lassen. Wichtig, wenn die Beine durchgestreckt sind, bitte nicht hin und her wippen. Also in der Dehnung keine Bewegung. Sondern immer mit der Ausatmung etwas weiter nach unten ziehen. Und von da, also wir sind da vorne auf der Matte noch, die Knie beugen und die Arme gehen hoch in die Chair Pose. Die Füße immer noch hüftbreit, die Knie über dem Fußgelenk, die Arme hoch, Chair Pose. Also wie wenn wir auf einem unsichtbaren Stuhl sitzen würden. Die Arme weit nach oben. Bitte die Knie nicht zu weit nach vorne, sondern der Hintern nach hinten. Deswegen heißt der Hintern, der muss nach hinten gehen. Die Arme gehen weit nach oben. Halten wir da für fünf, vier, drei, zwei, eins. Beine durchstrecken und schon wieder in eine Vorbeuge. Da bleiben wir aber nicht lange. Einatmen, gerader Rücken, halbe Vorbeuge. Das heißt, der untere Rücken wird schön lang. Mit der Ausatmung Hände auf die Matte und steigt nach hinten in den Stütz. Liegestütz, Ausgangsposition. Die Schultern über den Handgelenken. Die Finger gespreizt, die Arme ganz durchgestreckt. Achte darauf, dass der Hintern nicht durchhängt. Sonst geht es auf den Rücken, auf den unteren Rücken. Sondern der Hintern ist leicht in der Luft. Dadurch spannt sich der Bauch an. Zusätzlich kannst du noch die Oberschenkel und den Hintern anspannen. Und dann ist das eine Ganzkörperübung, dieser Plank. Wir halten noch für fünf, vier, drei, zwei, eins. Einatmen, schieb das Gewicht vor. Mit der Ausatmung entweder mit Hilfe deiner Knie oder ohne Knie langsam auf den Bauch legen. Ellbogen bleiben bei dir, langsam nach unten. Die Zehen auf die Matte. Dein Vinyasa. Also wer sich auskennt, der macht einen Updork oder eine Kobra. Oder wir starten ganz gemütlich mit der kleinen Kobra. Die Zehen darf erst nach unten drücken. Hände bei dir. Ellbogen zu dir. Mit der Einatmung hebt die Brust. Kleine Kobra. Tief einatmen. Mit der Ausatmung drück dich nach hinten in die Charles-Post. Die Hände bleiben vorne. Der Rücken wird lang. Und von da wieder der herabschauende Hund. Wir versuchen dann natürlich immer Alternativen zu bieten, sodass jeder mitmachen kann online. Egal ob Anfänger oder schon fortgeschritten. Also auch jetzt im Flow bitte einfach das machen, was sich für dich gut anfühlt. Was sich richtig anfühlt. Wir bringen da mal die Füße zusammen. Mit der Einatmung rechtes Bein weit nach oben. Knie beugen, um die Hüfte zu öffnen. Trotzdem bleiben die Arme durchgestreckt. Die linke Ferse drückt nach unten. Die rechte Ferse zum Hintern. Du entscheidest, ob du hier halten möchtest. Also einfach hier bleiben. Oder du drehst weiter ins Wild Thing. Das heißt, wir drehen einfach weiter. Linke Ferse bleibt auf der Matte. Rechter Fuß aufgestellt. Hüfte hochdrücken in eine Rückbeuge. Wild Thing. Nur eine Option. Wenn du da denkst, wild was? Hä? Dann lass einfach das Bein hinten in der Luft. Im dreibeinigen Hund. Und versuch mit dem rechten Fuß neben die linke Hand zu steigen. Vielleicht ohne die rechte Hand zu verwenden. Vielleicht mit Zwischenschritt oder ohne. Auf jeden Fall. Das war jetzt nicht so sanft bei mir. Auf jeden Fall. Da muss der rechte Fuß vorne sein. Knie nach vorne kommt, ist egal. Hauptsache wir treffen uns so. Rechtes Knie über Fußgelenk. Linke Ferse schiebt nach hinten. Mit der Einatmung Arme hoch in den High Lunge. Auch hier wieder kontrollieren, dass das Knie nicht zu weit nach vorne geht. Der Oberschenkel schaut vor. Die Arme weit nach oben strecken. Kurz halten für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Hände vors Herz. Schiebt das ganze Gewicht aufs rechte Bein. Linkes Bein geht in die Luft. Krieger drei. Also eine Balanceübung. Schau, dass das hintere Bein ausgestreckt ist. Das Standbein darf gern gebeugt bleiben. Die Hüfte parallel zur Matte. So nicht so seitlich öffnen, sondern parallel bleiben. Das Ziel in Anführungsstrichen wäre, dass der Oberkörper und das linke Bein in diesem Fall in einer Höhe sind. Wer möchte, könnte auch die Arme nach vorne strecken. Ich habe leider nicht so viel Platz, aber wenn du willst, versuch mal die Arme vorzustrecken oder zur Seite. Kurz die Balance finden. Auch hier für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr gut. Achtung, wir steigen so langsam wie es geht nach hinten. Großer Schritt in den Low Lunge. So großer Schritt nach hinten. Ganz sanft das linke Knie ablegen. Sehr gut. Die Finger verschränken. Man sagt auch Kali Mudra. Das heißt nur die Zeigefinger berühren sich. Die Arme gehen hoch. Und die Hüfte schiebt wieder nach unten und vor. So wie beim Warm Up vom Low Lunge. Nur diesmal versuchen wir die Arme nach hinten zu ziehen. Das dehnt den ganzen Bauch- und Brustbereich. Und die Schultern. So da eine leichte Rückbeuge, wenn es angenehm ist. Wie bereits erwähnt, wenn es im Knie wehtut, etwas drunter legen hinten. Und dann konzentriere dich wieder auf die Atmung. Zieh die Arme fest nach hinten. Schieb die Hüfte nach unten und vor. Letzter Atemzug. Und dann langsam wieder ausatmen. Hände auf die Matte. Verlagere das Gewicht nach hinten. Und nach dieser Rückbeuge machen wir wieder eine Vorbeuge. Das heißt rechter Fuß auf der Ferse. Bein geht gerade nach vorne. Hüfte über dem gebeugten Oberschenkel. Und dann kommen wir da in diesen Half-Split. Einatmen, aufrichten. Ausatmen. Stell dir vor, du willst hoch, vor und dann nach unten. Rechten Fuß fest zu dir entspannen für die Dehnung im Wadel. Schultern locker. Und dann bleiben wir da wieder für ein paar Atemzüge. Superposition, um das Gesicht zu entspannen, die Schultern zu lockern. Gleichzeitig dehnen wir natürlich die Hamstrings vom rechten Oberschenkel. Und versuch da tief durch die Nase bis in den Bauch zu atmen. Um wirklich auch dein Nervensystem zu beruhigen durch die Atemzüge. Für mehr Ruhe und Gelassenheit. Letzter Atemzug. Und dann verlagere langsam das Gewicht wieder vor. Hände auf die Matte, stell hinten die Zehen auf und steig nach hinten in den Stütz. Arme schulterbreit. Die Füße zusammen. Mit der Einatmung schieb das Gewicht vor. Mit der Ausatmung entweder mit Hilfe deiner Knie oder ohne Knie langsam nach unten. Die Ellbungen bleiben bei dir. Wieder dein Vinyasa, das heißt Zehen auflegen, einatmen, kleine Kobra. Vielleicht in die Kobra. Da ist die Hüfte noch auf der Matte, die Schultern nach hinten. Oder vielleicht sogar in den aufschauenden Hund, wo nur Hände und Zehen auf der Matte sind. Die Oberschenkel sind aber in der Luft. Schultern nach hinten ziehen. Und dann über die Charles Pose oder direkt in den herabschauenden Hund. Das ist der Flow für heute. Ich hoffe, er gefällt dir. Und natürlich machen wir jetzt nur die linke Seite. Also auch wenn dir der Nick gefällt, die linke Seite musst du jetzt trotzdem noch machen, um im Balance zu bleiben. Nicht, dass du auf einmal auf einer Seite voll die Muckis kriegst und voll die Bewegligkeit. Deswegen Füße zusammen. Einatmen, linkes Bein hoch. Knie beugen. Hüfte öffnen. Du entscheidest, ob du hier haltest im dreibeinigen Hund. Oder dreh weiter. Flip your dog. Wild thing. Rechten Fuß auf die Ferse. Linken Fuß abstellen. Und die Hüfte weit nach oben in diese Rückbeuge. Kein Side-Stretch. Also nicht so zur Seite öffnen. Sondern wirklich Bauchnabel rauf zur Decke. Und dann wieder der Schritt mit dem linken Fuß. Nehmen die rechte Hand. Vielleicht mit Zwischenschritt. Vielleicht ohne. Auf jeden Fall. Treffen wir uns wieder mit dem linken Fuß vorne. Knie über dem Fußgelenk. Rechte Ferse nach hinten schieben. Um den Psoas, den Hüftbeuger zu aktivieren. Mit der Einatmung. Arme hoch. Falls du dich wunderst, warum wir diesen High-Lunge immer nur so kurz halten. Also nur jetzt für 5, 4, 3, 2, 1. Dann liegt es daran, dass ich selber immer total außer Atem bin von diesem High-Lunge. Also das ist nicht meine Lieblingsposition. Ich weiß, gerade dann müsst ihr ihn länger halten. Aber Beine ist einfach anstrengend. Hände vors Herz. Ganzes Gewicht auf den linken Oberschenkeln. Rechtes Bein geht hoch. Krieger 3. Lass die Hüfte parallel zur Matte. Rechtes Bein hoch. Den Fuß flexen, sodass die Zehen nach unten schauen. Und dann, wenn du willst, streck die Arme wieder nach vorne oder zur Seite. Finde die Balance. Wenn wir umfallen, dann stehen wir einfach wieder auf. So auch auf der Yoga-Lunge. So auch auf der Yoga-Matte. Und dann ganz langsam kontrollierter, großer Schritt nach hinten. Sanftes rechte Knie ablegen in den Low-Lunge. Finger verschränken. Finger verschränken. Kali Mudra. Nur die Zeigefinger berühren sich. Arme hochziehen. Mit der Ausatmung die Hüfte nach unten und vor. Und die Arme ziehen nach hinten. Spür die Dehnung im Bauch- und Burschbereich, in den Schultern. Versuch trotzdem tief zu atmen. Noch zwei Atemzüge. Und dann langsam wieder lösen. Das Gewicht nach hinten. Linker Fuß bleibt vorne auf der Ferse. Hände auf die Matte. Wenn es sich nicht ausgeht, die Hände auf die Matte zu geben, könnt ihr schon die Hände auf die Hüften. Oder links und rechts Yoga-Blöcke oder Bücher verwenden. Einatmen. Länge finden. Hoch nach vorne. Und ausatmen. Nach unten. Achte darauf, dass die Hüfte über dem gebeugten Knie bleibt. Also nicht so nach hinten draufsetzen. Sondern wirklich da vorne bleiben. Aktiv den linken Fuß zu dir anspannen. Und der restliche Körper ist wieder locker. Wieder Achtsamkeit üben. Tiefe Atemzüge. Und ganz im Moment bleiben. Gleich geht es mit der Ausatmung noch ein kleines Stück tiefer. Für drei. Zwei. Und eins. Sehr gut. Gewicht nach vorne. Hände auf die Matte. Hinten wieder die Zehen aufstellen. Steig nach hinten zurück in den Stütz. Und da nochmal ein Vinyasa. So mit der Einatmung Gewicht vor. Ganz wichtig für die Handgelenke. Und dann mit der Ausatmung mit Hilfe deiner Knie. Oder ohne Knie langsam nach unten. Die Brust berührt als erstes die Matte. Nicht die Hüfte. Zehen auf die Matte. Einatmen. Kleine Kobra. Kobra. Oder aufschauender Hund. Und dann über die Charles Pose. Oder direkt in den herabschauenden Hund. Dann nochmal fünf Atemzüge. Versucht die Fersen gleichmäßig nach unten zu drücken. Die Arme durchstrecken. Soll so ausschauen wie ein umgekehrtes V. Wenn die Fersen die Matte nicht berühren, ist das überhaupt kein Problem. Einfach die Knie gebeugt lassen für einen langen Rücken. Dann nochmal ganz tief einatmen. Durch den Mund aus. Sehr gut. Und dann leg die Knie auf der Matte auf. Setzt die hinten auf die Fersen drauf. Wie in diesen Fersensitz. Und dann gerade drei tiefe Atemzüge. Und dann geht es noch weiter zum Stretching. Also wir sind noch nicht fertig heute. Trotzdem kurz mal durchatmen. Die Schultern entspannen. Gerne mal hochziehen mit der Einatmung. Zu den Ohren nach hinten rollen. Mit der Ausatmung fallen lassen. Und noch einmal tief einatmen. Durch den Mund aus. Und dann verlagern langsam das Gewicht zur Seite. Die Beine gehen nach vorne in einen Langsitz. Von hier machen wir eine Drehung für die Wirbelsäule. Wirklich eine super Übung gegen Rückenschmerzen. Also winkel mal das linke Knie zu dir an. Achte aber darauf, dass dort eine Handfläche Platz bleibt. Also nicht ganz zu bestellen, sondern ein bisschen Abstand. Rechtes Bein nach vorne. Rechten Fuß zu dir anspannen. Linke Hand geht nach hinten. Einatmen. Der rechte Arm geht hoch, weit nach oben. Mit der Ausatmung entweder den Arm herumschlingen. Um das linke Bein. Oder den rechten Ellbogen auf der Außenseite vom Oberschenkel platzieren. Einatmen, aufrichten. Mit der Ausatmung versuche weiterzudrehen. Unten im Bauch, zur Brust, Schultern. Und dann der Blick über die Schulter. Und jeder mal einatmen, finde er mehr Länge. Und jeder mal ausatmen, drehe ein kleines Stück weiter. Bleib aktiv im rechten Fuß. Also die Zehen schauen zu dir. Nicht zur Seite fallen lassen. Und dann probiere wirklich, so weit wie es geht, nach links zu drehen. Den Ellbogen fest gegen den Oberschenkel drücken. Dann noch halten für drei. Zwei. Eins. Einatmen, Blick nach vorne. Ausatmen, Oberkörper drin. Linkes Bein geht vor, rechtes Knie zu dir. Dasselbe natürlich auf die andere Seite. Rechte Hand nach hinten. Linker Fuß zu dir anspannen. Einatmen, linker Arm hoch. Ausatmen, Ellbogen platzieren. Sollte das nicht möglich sein, einfach den Arm herumschlingen. Überhaupt kein Problem. Hauptsache, man tut was für seinen Körper. Einatmen, gerade Rücken. Und Ausatmen, Drehung, Bauch, Brust, Schultern, Blick über die Schulter. Mit der Einatmung mehr aufrichten. Mit der Ausatmung weiter drücken. Also auch wenn die Übungen, die Asanas am Anfang noch nicht ganz so gelingen. Das ist ganz egal. Das braucht einfach, bis man sich da verbessert. Bis man was spürt. Die Verbesserung im Körper. Die Beweglichkeit. Ich muss ja immer sagen, man ist nicht gesund. Nur weil man einmal einen Salat isst. Deswegen ist man kein gesunder Mensch. Mindestens zweimal einen Salat essen. Na, Spaß. Natürlich regelmäßig gesunde Ernährung. Letzter Atemzug hier. Und dann langsam wieder nach vorne. Und so ist es auch beim Yoga. Wenn man einmal Yoga macht, ist man nicht flexibel. Oder deswegen schaut man auf seinen Körper. Nein, man muss das regelmäßig machen. Am besten jeden Tag. Ein paar Minuten dehnen. Dann fühlt man sich super. Als nächstes öffnen wir noch die Schulterblätter. Platziere dafür vorne die Füße hüftbreit voneinander entfernt. Und greife die Ellbogen unterhalb der Oberschenkel. Also einfach da durchgreifen. Fest nach hinten lehnen. Und dann wird der Rücken rund. Der soll rund werden, um die Schulterblätter zu öffnen. Fest nach hinten ziehen. Die Füße bleiben auf der Matte. Mit Druck noch etwas erhöhen. Wirklich mit aller Kraft nach hinten lehnen. Kinn zur Brust. Super Übung gegen Verspannung in den Schultern. Die leider auch Kopfschmerzen auslösen können. Und dann langsam nach hinten rollen in Rückenlage. Da machen wir noch eine Rückbeuge. Ganz entspannt. Gleichzeitig um das Gesäß zu kräftigen. Also schau, dass die Fersen unter deinen Knien platziert sind. Wenn du willst, könntest du hier auch ins Rad gehen, wo die Hände neben die Ohren gehen. Oder wir machen es ganz gemütlich. In der Schulterbrücke. Da geht die Hüfte hoch. Wenn du willst, verschränk die Finger unter dem Rücken. Drück sie fest nach unten in die Matte. Hüfte weit nach oben drücken zur Decke. Hintern anspannen. Falls du das Rad machst, kannst du natürlich jederzeit ablegen. In der Schulterbrücke halten wir noch kurz für fünf. Vier weit nach oben. Drei. Zwei. Und eins. Die Hände zur Seite. Langsam wieder ablegen. Um da nochmal die Wirbelsäule auszugleichen. Die Bauchmuskeln zu kräftigen. Bring die Knie zu dir. Schling die Arme herum. Versuch mit der Stirn die Knie zu berühren. Fest alles anspannen. Fünf. Vier. Drei. Noch ein bisschen höher mit dem Kopf. Zwei. Und eins. Langsam wieder ablegen. Die letzte Asana, bevor es heute in die Schlussentspannung geht, ist heute das Happy Baby. Ganz ein feiner Hüftöffner. Gleichzeitig dadurch, dass wir die Beine hochlagern, rinnt das Blut von den Füßen in den Oberkörper, fördert die Entspannung, die Konzentration und man sagt auch, hat einen Anti-Aging-Effekt, weil die Beine hoch in der Luft sind und dadurch das Gesicht durchblutet wird. Also nichts wie hoch mit den Beinen. Kann nie schaden. Eine Übung wie ein Jungbrunnen. Die Arme innerhalb der Knie, die Hände greifen, die Außenseiten deiner Füße und dann versuch die Knie zu dir zu ziehen. Könnte jetzt sein, dass du diese Übung falsch machst aus zwei Gründen. Entweder du merkst es, wenn dir diese Übung im Rücken wehtut, dann ist der Hintern zu weit in der Luft und der Rücken wird zu rund. Also versuch einfach den unteren Rücken auf der Matte zu lassen. Fast wie bei KCQ geht der Brustkorb hoch, der untere Rücken drückt auf die Matte und dann ziehst du die Knie zu dir. Also schauen, dass da beim Steißbein, da wo die Hose normal sich befindet, bei einer normalen Hose, bei so einer High Waist, dann ist diese Stelle auf der Matte. Oder vielleicht fehlt dir noch heute die Flexibilität für diese Übung. Dann greif anstatt deinen Fußaußenkanten einfach deine Schienbeine und zieh da nach unten. Das ist auch eine super Alternative. Wichtig ist, dass es angenehm ist im Rücken, also wir liegen da ganz flach auf der Matte, den unteren Rücken nach unten drücken. Und dann schließt er nochmal kurz die Augen, spür die sanfte Dehnung in der Hüfte, in den Adduktoren. Entspann dein Gesicht, Kiefer, Stirn, alles ist weich und locker. Und dann nimm nur noch drei richtig tiefe Atemzüge. Noch mal ganz tief einatmen. Kurz die Luft halten. Beim Ausatmen nochmal alles entspannen. Sehr gut. Langsam die Beine loslassen. Öffnen die Füße zu den Ecken deiner Matte. Die Arme seitlich. Und dann gönn dir da noch kurz ein, zwei Minuten im Shavasana, in der Schlussentspannung. Ganz, ganz wichtig, nicht auslassen diese Übung. Das Shavasana gehört zum Yoga dazu. Also nimm dir da die Zeit, um einfach nur da zu liegen, um nachzuspüren und zu entspannen. Spür, wie mit jedem Mal ausatmen, deine Arme und Beine schwerer werden und der Körper tiefer in die Entspannung sinkt. Das ist eine ableh bowlingze. Dafür, wie mit einem sich moment nach bet настолько gut, dass du mit einem gewidmet nach combinenst und bersten specialist machen. Du m אנחנו nuttend haben bevor wir an ihr Euch mit股票. Wie sie sind, ist es die Wagen uży이를 verraten. Das ist etwas cigars ist ein他的, was du mit einem vorliegenstkapel. Atme nochmal ganz tief ein und tuch den Mund aus. Und dann beweg deine Zehen und Finger, streck die Arme nochmal weit über den Kopf, mach die da ganz lang und dann komm langsam wieder hoch in eine sitzende Position, vielleicht ein Schneidersitz. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit mir Yoga zu machen. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann bitte unbedingt den Like-Button drücken und diesen Kanal abonnieren für weitere kostenlose Videos hier auf YouTube. Also ich werde natürlich weiterhin viele Videos hochladen, das wäre eine riesengroße Unterstützung, wenn du vielleicht meinen Kanal weiterempfehlen könntest an Freunde von dir, die mit dem Yoga starten sollten. Ich bin der Meinung, jeder sollte Yoga machen, dann wäre die Welt ein besserer Platz, einfach weil man zufriedener ist und glücklicher und mit sich selber mehr im Reinen ist und ja, alles leichter durch die Hand geht, wenn man das so sagt. Also vielen, vielen Dank fürs Weiterschicken von meinen Videos und falls du Lust hast auf längere Yoga-Klassen, also das war jetzt schon eher eine halbe Stunde, eine komplette Einheit, aber falls du Lust hast auf eine ganze Stunde Yoga oder auf Live-Yoga, wo du mich persönlich kennenlernst und mir Fragen stellen kannst rund ums Thema Gesundheit, Routinen, Yoga, dann werde Teil meiner Patreon-Community. Du hast die Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen und kriegst somit vollsten Zugriff auf alle meine Videos, Online-Workshops, leckere Rezepte, Buchtipps, also schaust dir gerne an, der Link ist unter diesem Video und dann sage ich vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung, für die netten Kommentare. Es freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, dass wir uns nach der Winterpause wieder bei einem meiner Yoga-Retreats oder Teacher-Trainings mal kennenlernen oder bei den Events, vielleicht in Tirol am Berg oder in Salzburg oder irgendwo in deiner Nähe. Schau dafür gerne auf meine Website mit allen Infos zu meinen Veranstaltungen, Vorträgen und so weiter und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder hier auf der Yoga-Matte sehen. Bis dahin, pass auf dir auf, bleib gesund, alles, alles Liebe und Namaste. Und dann, pass auf dir auf, bleib gesund, alles, 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 alles. Vielen Dank.